Heute geht es darum, wie können wir uns schützen gegen alle möglichen Einflüsse von außerhalb. 5G ist das große Stichwort. Wir brauchen vielleicht irgendwann mal eine eigene Hausapotheke, wenn uns das System um die Ohren fliegt. Und wir brauchen einfach ein bisschen mehr Bewusstsein in unserem Kopf. Nicht nur ein bisschen, sondern eine ganze Menge, weil daran mangelt es uns auf der Welt. Und ich spreche mit dem Herrn Hans-Jürgen Klausner mal wieder, der extra aus der Schweiz wieder zu uns gekommen ist. Und zwar hat er uns seine Produkte mitgebracht und ich glaube, es ist wert, diese Produkte mal genauer zu betrachten. Herr Klausner, grüß Sie. Ja, grüß Gott, Herr Stein. Wieder mal in Leipzig gelandet, den weiten Weg vom Berner Oberland bis zu uns. Wie weit ist das eigentlich? Wie lange fahren Sie da immer? Sieben Stunden. Okay. Irgendwann fliegen Sie dann mal, mit einem eigenen Hubschrauber oder sowas. Richtig, ja. Bin ich schon mal geflogen mit Hubschrauber, ja. Aber trotzdem schön, dass Sie wieder da sind. Wir haben ja schon oft die Gelegenheit gehabt, über Ihr Konzept zu sprechen, einer alternativen Geldschöpfung, eines alternativen Finanzsystem. Das wollen wir jetzt heute nicht im Detail analysieren, das haben wir schon oft gemacht. Die Videos sind alle online. Heute geht es darum, dass wir Voraussetzungen schaffen müssen, von der geistigen Ebene auch her und auch von der körperlichen Ebene, dass wir dieses neue System überhaupt erleben können. Es gibt, wie ich es gerade gesagt habe, massive Einflüsse auf unseren Körper und davon ist 5G vielleicht nur das drängendste Problem oder auch eins der aktuellsten. Wie gehen Sie mit so einer Thematik um, wenn Sie merken, da kommt jetzt noch mehr auf uns zu. Es reicht nicht nur, dass wir Handys haben und WLAN und Toxin in den Nahrungsmitteln, sondern haut man nochmal oben einen drauf und setzt diese Funkmasten in einen Abstand in die Gegend, wo man denkt, merken Sie die eigentlich noch? Es gibt ja das sogenannte Konzept der, wie hält man die Menschheit dumm und arm? Also Regierungskonzept, der König spricht zum Papst, du hältst sie dumm, ich hält sie arm. Das läuft ruineus für den Planeten, oder? Wir wollen gerne, wir, die paar hunderttausend Millionäre. Ich habe letztens gelesen, als Superreich gilt man, wenn man 30 Millionen auf dem Konto hat. Finde ich ein bisschen wenig. Ich dachte, es ist mehr, es sollen nur 200.000 Leute sein. Habe ich mich ein bisschen gewundert. Ich dachte, es gibt mehr von denen, aber scheinbar ist diese Elite doch relativ klein, aber extrem wohlhabend und die will den Planeten für sich alleine haben. Sehr wahrscheinlich. Ein gewisses Arbeitsvolk ist natürlich noch notwendig, aber... Ich nenne ja den sogenannten Lohnempfänger Arbeitssklave, also Lohnsklave. Die Lohnempfänger sind eigentlich nur gut getarnte Sklaven. Früher, man hatte gesagt, der Mensch selber war so, einfach so fast schon tiermässig, also als man noch die alten Römer in ihren Arenen zuschauen liess, wie ein Mensch zerfleischt wurde von einem Löwen. Da haben wir gesagt, das hat den Menschen damals keine Rolle gespielt. Sie waren einfach roh. In der Zwischenzeit, ich möchte mal sagen, seit 200 Jahren hat sich unsere Zivilisation so entwickelt, geistig und ethisch und auch moralisch und vor allem seit wir das Internet haben, intellektuell. Das heisst, das mit dem Dumm, das geht nicht mehr. Zum Ausrotten und sie krank halten, da haben sie uns mit so vielen Giften in Nahrung, in Kosmetik, in der Luft, im Benzin, überall, also Chemtrails noch dazu und jetzt kommt noch G5, um diese Spezies umweltzerstörer Mensch mit Erderwärmungsproblemen werden wir auch ständig gegängelt, sag ich mal. Für was das alles, es sind einfach alles Systemlügen, die man uns erzählt. Und die möchte ich eigentlich ein bisschen relativieren, aufgedeckt haben ja viele Leute wie Sie das auch schon. Also ich sage immer, die Mutter aller Lügen ist die Geldlüge, da bin ich dran, mit Ihnen das auch aufzudecken. Wenn man die aufgedeckt hat, hat man das Machtpotenzial verschoben. Also man ist nicht mehr machtlos, eben weil man arm gehalten wird. Und dann muss man sich sofort auf seine Gesundheit fokussieren. Also dass man nicht, wenn man dann alles weiss, am Schluss doch wegstirbt. Oder deine Mannschaft wegstirbt. Oder deine Mannschaft verblödet, weil sie mit Handy G5-Strahlen unter Mind-Control läuft. Heißt das nicht 5G? Habe ich G5 gesagt? Ja, ich glaube, es ist anders. Wir wissen, was Sie meinen. Die fünfte Generation. Genau. Also die sogenannte Mind-Control-Beeinflussung, die läuft ja auch schon 20, 30 Jahre. Das hat man mir auch schon mal gesagt. Er hat gesagt, Herr Klaassen, Sie haben ein super Wasser. Das ist so stark und das drängt alles, was aussen reinkommt, wieder weg. Warum? Eine kristalline Zelle, die in sich selber wirklich sauber ist, gereinigt ist, keine Gifte mehr drin hat, kein Müllwasser um sich herum hat. Die ist ein Sender und kein Aufnahmegerät. Und ein Körper, der so, mit darum haben wir hier immer noch das Wasser dabei. Und das sagen auch diese russischen Weltraummedizin- Hersteller, gut, dass der Herr Klausner schon ein gutes Wasser hat, ein Quellwasser. Damit wird die Funktionalität der anderen Schutzelemente extrem gesteigert. Also sprich, dieses Wasser, das haben wir auch schon ein paar Mal thematisiert, sorgt mit seiner energetischen Schwingung dafür, dass die Zelle wieder in ihre Urkraft kommt, dass also alles, was in den Zellen funktionieren muss, die Mitochondrien, die internen Kraftwerke, dass da so richtig alles arbeitet. Und das geht dann auch auf die anderen Zellen hinüber. Also beeinflusst dann das gesamte System mehr oder weniger. Genau. Jetzt sehe ich gerade, dass ich das falsch geschrieben habe. Unten heißt es richtig, 5G, das ist eine Tabelle von einer amerikanischen Webseite über die globalen Zuordnungen pro Land. Irgendwo steht dort Deutschland und irgendwo stehen da diese Frequenzen. Und man hat uns natürlich gesagt, ja, ihr macht ja mit MyStone, das ist unser Produkt, da hatten wir ja auch einen Vorgänger schon, ihr macht ja hier mit diesen 30 bis 80 Gigahertz, das ist doch jetzt genau das Gleiche wie diese 5G-Frequenzen. Und ich war extra mal zum Hersteller von diesen Produkten gegangen und habe mich kurz informieren lassen, was er dann dazu sagt. Er hat genau diese Punkte so erwähnt, er hat gesagt, weisst du, die Intensität ist entscheidend. Die Einwirkdauer, also wenn wir jetzt hier schauen, die Frequenz, das ist wie wenn sie zum Masseur gehen, der massiert ihr Herz. Wenn er das eine Stunde macht, ist das heilsam. Wenn er das aber 24 Stunden und ununterbrochen macht, dann sind sie nach drei Tagen tot. Also wie man auch sagt, die Dosis macht das Gift. Und bei diesen 5G-Frequenzen sind wir pausenlos unter einer viel zu hohen Bestrahlung, Intensität. Und homöopathisch heisst eben, heilen tut nur eine geringe Intensität. Die mittlere ist schon wirkungslos und die starke Intensität ist schädlich. Also ist nur die Intensität entscheidend. Also Zell- und Organschädigung ist nur durch eine Dauereinstrahlung mit hoher Intensität möglich. Also das ist tatsächlich gefährlich und gegen 5G muss man sich schützen. Was ist jetzt der große Unterschied zu den früheren Frequenzen, zu 5G? Ist es der Abstand der Funkmassen, weil ich ja erfahren habe, oder so viel ich weiss, ist bei einer höheren Frequenz die Reichweite nicht mehr so groß. Deswegen müssen wir die Abstände der Funkmassen grösser machen. Ist das jetzt das eigentliche Problem oder ist es die Frequenz an sich, die so schädlich wird? Nein, man sagt, das sind ja Millimeter. Also 30 bis 80 GHz, das sind ja die Millimeterfrequenzen. Die sind so kurz, dass die relativ schnell absorbiert werden von Gebäuden, von Bäumen. Die wollen ja Bäume fällen in den Städten, damit die Reichweite etwas grösser wird. Es ist schon die kleine, man sagt ja die Langwelle, die kommt ja sogar durch die Erde durch. Das sind die niedrigen Frequenzen. Die niedrigen Frequenzen im Herzbereich oder im Kiloherzbereich, die sind weiter empfänglich. Da braucht man eine grössere Antenne, hier braucht man kleinere Antennen. Ich zeige auch die Antenne, die in unserem Produkt drin ist. Das sind alles Sender und Empfänger natürlich, um diese hohen Frequenzen in geringster Intensität, also dieses Gerät strahlt etwa, ich weiss es nicht, also man spricht von 10 hoch minus 10. Ich weiss es nicht, wie stark die Handystrahlung ist. Die ist dann 10 hoch minus 4 oder so. Also das sind x Potenzen, die wir schwächer sind, damit es nicht schädlich ist. Und man hat ja auch bis heute schon immer gewusst, auch vor allem die Schweiz, die hat eine viel zu hohe Intensität von den Handyfrequenzen. Die könnten 100 Mal geringer sein, der Empfang wäre trotzdem genau noch gut. Aber stimmt, die Reichweite muss durch die Antennen bestimmt werden. Also sie müssen näher zusammenstehen. Das ist ja der große Aufreger bei dem 5G-Thema, dass man eben mehr oder weniger jede Straßenlaterne, Briefkasten, Verteilerkasten, Ortsschilder mit diesen Sendern ausstatten möchte. Dass also nicht nur irgendwo ein Funkmast auf dem Dach oben steht, für die Anwohner schlimm genug, sondern dass quasi flächendeckend der ganze Stadtbereich oder Landesbereich dann eben ausgestattet wird. Ja, man muss sich fragen, was wollen die damit? Die wollen uns ja verchippen, oder? Ja, offiziell ist es ja für uns besser, weil dann Gigabit-Connectivity, wir können autonomes Fahren besser machen, das Internet der Dinge, mein Kühlschrank bestellt von alleine, wenn er seine Milch nicht mehr hat und so weiter. Lauter Vorteile. Ich höre nur Vorteile in der Politik. Das sind Halbwahrheiten, wenn man nicht weiß, wie die Technik in Zukunft wirklich sein könnte. In unserem humanwirtschaftlichen Verkehrssystem fahren wir alle mit Magnetschwebewagen. Also wir brauchen das nicht mehr persönliche Auto, das dann dich sowieso fährt. Gut ist, dass ein Chauffeur dich fährt. Das habe ich in meinen früheren Videos gesagt. Es ist immer interessant, von einem Chauffeur gefahren zu werden, da kannst du was Gescheites tun. Nicht das Dorf für Steuerrad halten und dann noch im Stau und so. Und Parkplatzproblem. Alles können wir erledigen mit schienengeführten Magnetschwebebahnen. Dezentral keine Parkplatzprobleme mehr. Ich habe mal ausgerechnet, wie viele Parkplätze die Schweiz hat. Das sind also 10 Kilometer mal 10 Kilometer und dann noch drei Etagen. Ist alles nur Parkplatz. Also ein Schwachsinn ohne Ende mit diesem individuellen Verkehrssystem. Und jetzt wollen wir, dass das noch autonom fährt. Was soll denn der Quatsch? Aber da stellt sich mir natürlich die Frage, wie will ich das für den Individualverkehr dann nämlich lösen? Also wenn ich jetzt von A nach B muss, sagen wir mal München, Leipzig, Studio, dann habe ich so und so viele Sachen dabei. Kameraausrüstung, Technik, Klamotten. Und wie mache ich das in der U-Bahn, dass ich da mit vier Koffern unterwegs bin? Max-U-Bahn, ihr persönliches Auto, ihr Rolls-Royce, ihr Ferrari, Magnetschwebebahn, Kabine. Aber das wird mal ein eigenes Video werden, da brauchen wir länger. Verstehe. Auf jeden Fall. Steht in meinem Buch am Schluss. Ich weiss, was Sie meinen. Ja, okay. Also es gibt ein Konzept in Ihrem Plan, das den Individualverkehr… Der hat keine Zukunft. …umweltverträglich löst und das auch mit einer ganz anderen Technologie, oder? Genau. Ich habe sogar geschrieben, Businessplan fürs Paradies. Wir sparen uns Milliarden. Ich glaube, etwa jährlich 55 Milliarden. Das könnten wir reinsetzen in… Diese Strassen sind ja bessere Römerstrassen. Früher sind die Römer mit der Kuh, mit dem Pferd, mit der Rochse, das hat gestunken und hat Lärm gemacht. Und heute fahren wir alles elektrisch. Kein Lärm, kein Gestank. Also könnten wir die Strasse ins Haus integrieren. Also wissen Sie, mit dem neuen Geldsystem, das wir in anderen Videos schon erklärt haben, können wir die Welt neu erfinden. Für mich ist diese Welt eine Schrotthalde. Alles macht sich krank, alles macht uns kaputt. Darum wollen Sie uns ja auf 500 Millionen reduzieren, dass Sie neu beginnen können. Die Idee ist gar nicht so abwegig, weil wir haben uns komplett in eine falsche Richtung entwickelt. Ja, aber aufgrund der falschen Prinzipien und der falschen Vorgaben seitens der Regierungen. Die Menschen würden natürlich auch anders leben, wenn sie andere Möglichkeiten hätten. Ich habe ein Foto gesehen von einer Umweltverschmutzung in Bangladesch. Da sieht es aus, dass der Fluss war gar nicht mehr als Fluss zu erkennen, weil er flächendeckend mit Plastikmüll übersät war. Und die Hänge, die Uferböschungen waren auch alles voll. Und das wird zweimal im Jahr von Monsun, Straßen gereinigt, in den Ozean entsorgt und so weiter. Und verendet dann als Mikroplastik. Also ich denke schon, dass die Menschen in Bangladesch auch ein Interesse daran hätten, ihre Umwelt zu pflegen, wenn sie denn nicht tagtäglich einen nackten Überlebenskampf hätten. Weil wenn ich nichts zu beißen habe, ist mir das scheißegal, ob da eine Mülltüte liegt oder nicht. Ich muss meine Kinder ernähren. Das ist ja das große Problem. Darum machen wir als erstes mal ein neues Geldsystem, gerechte Verteilung des weltweiten Wohlstandes. Und dann räumen wir die Natur auf. Als erste Maßgabe. Für die Umweltschutzbemühungen, die wir alle wissen, wir brauchen die dringend, ist kein Geld vom Schuldgeld vorhanden. Kommt immer die dumme Frage, wer soll das finanzieren? Ja, wer finanziert das Militär, da geht es auch. Da geht es, ja natürlich. Also die Prioritäten sind verkehrt. Gut, wir wollen das lösen, das Umweltproblem. Wir haben die Lösung im neuen Geldsystem, aber ich brauche eine gesunde Mannschaft, die sich nicht von 5G, sage ich es immer noch verkehrt, quasi, ich sage jetzt mal, handlungsunfähig ausknipsen lassen wollen. Nicht gerade sterben, aber handlungsunfähig oder dumm oder in die falsche Richtung laufen. Sie kennen ja das Bild, es gibt ein Bild, da laufen alle Schafe den Berg rauf und fallen hinten runter. Und das schwarze Schaf läuft zurück und sagt immer links und rechts, Entschuldigung bitte. Man muss sich ja entschuldigen, wenn man die richtige Richtung einschlägt. Kristallwasser macht sie intuitiv, also reinigt mal ihre Zellen. Das Quellwasser, darum habe ich hier noch beide Flaschen, wir machen ja ein Quellwasser zu Kristallwasser, indem wir brasilianischen Kristall pulverisiert, 33 Tage rühren, 11 Tage absetzen lassen. Ich habe ja hier wieder beide Flaschen, die Schweizer trinken sie trübe, das ist mit dem Pulver drin, sieht man hier, geht natürlich nicht in die Zellen. Und dann haben wir es für den restlichen Markt, haben wir es mit Quellwasser 1 zu 2 gemischt, da ist kein Kristallpulver mehr drin, das ist eben zellgängiges, hochschwingendes Kristallwasser. Und wir wissen ja, die Schwingung ist das Entscheidende, nicht das Kristall als solches. Sondern die Information, die das Wasser trinkt. Richtig, jetzt genau das ist der schreibende Satz. Wir haben über Bücher wie das Geheimnis der 13 Kristallschädel die Information bekommen, im Kristall hat die Natur für den Fall, dass die Menschheit den Planeten Erde zerstören würde, sämtliche Frequenzen von Pflanze, Tier und Mensch gespeichert. Das heisst, wenn Sie das trinken... Als Notfallprogramm? Notfallprogramm, Rekonstruktion des Planeten, Reaktivierung, wenn wir wieder mal alle uns gegenseitig auf Null dezimiert haben. Also so ein bisschen wie die Wissenschaftler machen mit ihren Samenbunkern, dass sie irgendwo im Dauerfrostboden in Norwegen so eine Samenbank haben, wo sämtliche verschiedenen Pflanzenarten aufgeschlüsselt werden. Ist es im Kristall gespeichert, der Schöpfungsplan oder die Schöpfungsmatrix? Genau, ganz genau. Die Schöpfungsmatrix ist im Kristall gespeichert. Diese Information habe ich bekommen, sonst würde ich das gar nicht machen. Dann habe ich noch von meinem Medium dazu die richtige Quelle bekommen. Die sehen wir hier. Da war sie vor vier Jahren, haben wir die neu gefasst. Da vorher war das ein kleines Rinnsal, bekannt als Heilquelle von den dort ansässigen Bauern. Neu gefasst heisst, das Rohr haben Sie gelegt? Ja, das habe ich gelegt. Das sind 20 Meter Rohr in einen Berg hinein, den wir vorher abgegraben haben, mit Kreis aufgefüllt, damit kein Lehm und nichts mehr rauskommt. Das war 2013, das sind also schon sechs Jahre her. Und wir haben die Schüttmenge vervierfachen können. Und das Wasser selber hat nur 72 Milligramm Mineralien. Und wenn man Kristallbücher liest, dort gibt es so schöne Beschreibungen, wie stellt man ein Kristallwasserelixier her. Kann man nachlesen, das ist keine Erfindung von mir. Dann sehen Sie dort, nehmen Sie ein Quellwasser, das ist schon strukturiert. Man sagt, Quellwasser hat 60, 70% schon fertige Strukturen, die hexagonal sind, mit dem 104, irgendwas Winkel, glaube ich 104,7 und kann durch das Information und Energie aufnehmen. Und jetzt aber, welche Information und welche Energie soll es aufnehmen, die liefern wir durch den Kristall. Und weil ich weiss, im Kristall sind alle Informationen aller Frequenzen drin, auf acht Stellen nach dem Komma, sagt man. Es gibt Wissenschaftler, die solche Geräte eben künstlich herstellen wollen, Zellrekonstruktionsmaschinen, Programme oder Frequenzgeneratoren. Die sagen alle, wenn wir wüssten, wie die Frequenz auf acht Stellen nach dem Komma ist, könnten wir eine Herzzelle, eine Leberzelle, eine Nierenzelle, eine Gehirnzelle rekonstruieren. Und dann habe ich mal solche Leute gefragt, ja, wie kriegt ihr jetzt die Frequenz raus? Ja, wir pendeln, hat mal einer gesagt. Also von sündhaft teuren Geräten, die pendeln oder mit der Route oder so, ich weiss auch nicht. Wir sehen nachher ein Gerät, das das selber messen kann. Es gibt Kristalle, die die Frequenz von ihrem Körper, vom Blut, von allen Organen präzise auf diese acht Stellen nach dem Komma registrieren können, wie eine Stimmgabel, die in Resonanz geht. Verstehen Sie? Ja, wenn man da eine anschlägt, fängt die da drüben aufzuschwingen an. Genau, das ist Gallium Arsenid. Aber das ist eine Aufnahme und das ist besser. Ich habe heute noch mal oder gestern noch mal die Verbindung gelesen. Kristall, also Siliziumoxid, ist identisch mit Gallium Arsenid, ist aber vielmal häufiger und billiger und aber nicht selber aufnahmefähig. Das kann man programmieren über diese Tausende oder Millionen von Jahren, hat die Natur lange gebraucht. Das nimmt die Frequenz sofort auf, das braucht eine lange Zeit. Aber hat sie kontinuierlich gespeichert, unverlierbar. Und das jetzt über das Quellwasser in die Wassermoleküle eingebaut, diese Information. Was wollen Sie noch mehr? Sie haben einen perfekten Bioresonanzgenerator in der Zelle drin, weil das Wasser, dank nur 72 Milligramm, also leer, das steht ja in diesen Büchern, willst du ein Kristallelixier herstellen, nimm ein leeres Wasser. Man könnte auch destilliertes Wasser nehmen, aber das hat keine Energie. Also ein Quellwasser, das... Das ist einfach nur chemisch rein, aber sonst nichts. Wäre aufnahmefähig, aber energielos. Wir haben das Glück, wir haben die Quelle, wir haben die Möglichkeit, jetzt die so auszubauen, dass wir tatsächlich von den 80.000 Liter, die darf man ja nicht benutzen. Eine Quelle darf man höchstens zu 50% benutzen. Und da ich ja in meinen Büchern, in anderen Büchern geschrieben habe, ich brauche mal 33.000 Mitarbeiter, hat die Quelle für mich ein Volumen von 33.000 Liter pro Tag Kristallwasser. Das will ich produzieren können für die erste Mannschaft. Nachher können wir natürlich mehrere solche Quellen zu Kristallwasser aktivieren. Unser politisches Programm, wir haben ja eine Partei, heißt oder hat zum Ziel, in Zukunft wird jedes Haus mit einer Trinkwasserleitung separat bestückt und das Brauchwasser, Toilette, Dusche ist ein anderes Wasser. Was wir heute machen, das sagt jeder Araber oder jedes afrikanische Land, wir sind die grössten Verschwender von qualitativ hochwertigem Wasser, Trinkwasser, das die auch gerne hätten. Und wir vergeuden das für eine Toilette. Und Badezimmer und so weiter. Das ist eigentlich, wie sagt man, das ist so eine Verschwendung, die ein normaler Mensch dort unten nicht versteht. Da muss ich kurz ein Beispiel erzählen. Ein Freund von mir fährt Segelregatta auf dem Chiemsee. Und sie hatten einen afrikanischen Kollegen da oder ein Team aus Afrika da, und die sind zum See gefahren. Und dieser Afrikaner hat, bevor er den See wahrgenommen hat, hat irgendwie, ist hier Wasser in der Nähe. Wann kommt das Wasser? Ich merke das. Und dann hat er diesen großen Chiemsee gesehen, da sagt man das Bayerische Meer dazu, ist ja wunderschön, Herren, Frauen, Chiemsee und so weiter. Und für ihn war das vollkommen unverständlich, als er die Qualität von dem Wasser gesehen hat, dass wir das nicht abfüllen in Flaschen und verkaufen. Genau. Also den Stellenwert, den 100 Milliliter Wasser in einem afrikanischen Dorf haben, den kann man gar nicht in Worte fassen. Noch ein Beispiel dazu, ich muss das unbedingt erwähnen, damit man weiß, wie groß Wasser für uns, wie nebensächlich Wasser für uns ist. Es gibt eine afrikanisch-deutsche Sängerin, ich weiß leider ihren Namen nicht mehr, das habe ich auch schon vor vielen Jahren gesehen, die kam im Alter von 14 Jahren aus Somalia nach Deutschland. Und in der ersten Nacht, in dem sie in Deutschland übernachtet hat, in der sie übernachtet hat, ist sie mehrfach einfach nur in die Küche gegangen und hat den Wasserhahn aufgemacht, hat es ein bisschen laufen lassen, hat es wieder zugemacht. Weil für sie bisher Wasser ein zwei Stunden Fußmarsch war und dann mit 20 Liter auf einem Eimer auf dem Kopf zurück und das zweimal am Tag. Also wie wir damit umgehen, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man nicht einmal in einem Land war oder eine ganz andere Beziehung zu diesem Wasser hatte. Und nochmal Ihren Gedanken aufzugreifen, Sie möchten also Trinkwasser und Brauchwasser separat trennen und dieses Trinkwasser in einer anderen Qualitätsstufe wie das Brauchwasser. Wenn ich jetzt ein Hotel baue, wir sind an so einem Projekt, da gibt es einen Quellwasser-Trinkraum. Nicht überall eine Wasserhahn, wo man denkt, es wird schon irgendwo trinkfähiges Wasser sein. Natürlich, im Haus geht man davon aus, es ist alles Trinkwasser. Aber das wird nicht mehr die Zukunft sein von uns. Wir müssen zwei Leitungen haben und das ist auch eine politische Strategie. Und dafür ist der Mensch dann auch bereit, oder wir westlichen Menschen oder Zivilisierten, kann man sagen, wir sind dann auch bereit, einen kleineren Betrag, also einen höheren Preis zu bezahlen als für den Rest vom Wasser. Ich verstehe. Und was wir natürlich als Kristallwasser, das natürlich der Überflieger noch anbieten, das ist klar, erstens machen wir es in Glasflaschen. Ja, kein Plastik. Kein Plastik. Es gibt so gut wie keine Glasflaschen mehr. Ich bin gestern im Heerweg, hatte ich mein Wasser nicht greifbar gerade. Ich wollte eine Glasflasche in der Tankstelle kaufen. Das Einzige, wo ich Glas kriege, ist Bier und Alkohol. Kein Softdrink, kein Mineralwasser, kein stilles Wasser. Es gibt keine Glasflaschen für Wasser. Ja, das stimmt. Nur Plastik, ja. Es wird ja immer noch die Werbung gemacht, dass viele Mineralien Heilwasser seien. Wir haben so viel Magnesium und Kautium drin, das ist alles Müll. Das meiste, was in diesen Wasserflaschen drin sind, dann noch mit Plastik, ist Hydrogenkarbonat. Das ist Kalk. Der grösste Anteil. Und wenn ich so ein bisschen unser Wasser vergleiche, will ich jetzt aber nicht ins Detail gehen, gibt es wenige Wässer, die weniger als diese 70, 80 Milligramm Mineralien drin haben. Also man könnte sie schon noch verbessern mit Osmosefilter oder mit Destillieren. Hier habe ich einen Destillierer mal genommen und in meinem Büro, ich habe mich gewundert, dass mein Hund aus dieser Glasschüssel nie Wasser getrunken hat. Bis das Wasser verdunstet war, dann habe ich gestärkt, was für ein Kalk im Glas war. Dann war mir klar, warum mein Hund dann nie Wasser getrunken hat. Dann habe ich es mal destilliert, dann kam diese linke Seite dabei raus. Und das wird in einem Kurort, der natürlich Bad Füssing heisst und nicht Trinkfüssing, wird das aber trotzdem als Trinkwasser angeboten. Also ich fand das ein bisschen schade, aber ich habe mal einen Vortrag gehalten, das hat niemanden interessiert dort, die sagen, ja Wasser kommt aus der Wasserleitung, warum sollen wir teures Wasser kaufen? Es gibt überhaupt kein Bewusstsein in Bezug auf Wasser in unserer Gesellschaft. Wir hatten schon etliche Gäste hier, die sich mit Wasser sehr gut auskennen. Wir haben zu Hause bei uns auch eine extrem effektive Wasseranlage. Und wenn man sich damit nur mal ein bisschen beschäftigt, da reichen ein paar Stunden oder ein Buch, dann weiß man, was für eine Illusion das eigentlich ist in Bezug auf Wasser. Unser Trinkwasser, ich kann von Flensburg bis Bad Reichenhall, kann ich eigentlich aus jedem Wasserhahn trinken, ohne zwei Wochen Durchfall zu haben. Das ist schon mal, das ist schon super, das kann man nicht überall. Wenn ich in Südfrankreich das mache oder in der Tschechei, ohne die Länder abwerten zu wollen, geht das nicht. Und in Afrika schon dreimal nicht. Jeder, der da mal die Erfahrung gemacht hat, weiß, wovon ich spreche. Aber der Glaube bei uns, dass weil das Wasser chemisch rein ist oder als Trinkwasser deklariert wird, dass es deswegen gut ist für uns, das ist so ein Irrglaube. Das ist mir erst bewusst geworden, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Wir haben einen ganz günstigen, der kostet keine 50 Euro, einen PPM-Messer. Keine pro Million heißt das? Ja, Parts per Million. Stellen Sie den ins Wasserglas, dann zeigt er Ihnen einen Arm, das war eben Bad Füssinger Wasser mit 483 und da rechts sehen Sie mein Wasser mit 51. Die 1 kann man ein bisschen schlecht lesen. Aber das sind Welten, das sind achtmal mehr Inhaltsstoffe bei dem. Und hinten auf diesem Messgerät steht drauf, ab 200, also bis 100 ist es gutes Quellwasser, ab 200 schon bald nicht mehr genießt. Also ist noch so akzeptabel. Und ab 300 bis 400 ist es schon nicht mehr genießt. Also ab 400 sowieso nicht mehr genießt. Und das ist fast 500. Ja, ja, also wenn ich die Leute dort frage, ja, wir haben ein bisschen viel Kalk, wenn wir Wasser kochen. Ja, wir sehen, dass die Pfanne immer unten weiss ist. Aber die glauben, das sei harmloser Kalk. Das sind hunderte von chemischen Elementen, wo keiner genau wissen will, was es ist. Und auch diese Bücher sind ein bisschen überholt, sie stimmen. Aber damals war das Wasser noch besser. Der Bakhmandeli hat das geschrieben, ich habe es gelesen, ohne zu sagen, Wasser ist nicht gleich Wasser. Das hat er vergessen, da zu erwähnen. Scheinbar dort, wo er die Versuche gemacht hat, muss gutes Quellwasser verfügbar gewesen sein. Und Wasser, die Wundertherapie, ist auch sensationell. Und es gibt ja viele Mediziner, die machen richtige Vortragsreisen durch Deutschland und Österreich usw. Wasser, das Heilmittel der Zukunft, das ist es. Also wer das Buch gelesen hat, weiß, dass ein Großteil der Krankheiten nicht durch äußere Einflüsse kommen, sondern auch Wassermangel. Wir sind eigentlich einfach alle dehydriert. Und das hat mit dem osmotischen Druck zu tun, mit gesättigten, ungesättigten Wasser usw. Wir haben eine Wasseranlage zu Hause und ich habe die jetzt seit fast zwei Jahren. Ich habe meinen Wasserkocher noch nicht ein einziges Mal entkalken müssen. Auch die Kaffeemaschine von der Schwiegermama, weil wir trinken keinen Kaffee, aber die schon. Normalerweise will die alle zwei Wochen entkalkt werden oder alle jeden Monat. Kann ich aussetzen, diese Reinigung, weil nichts passiert einfach. Wir kochen auch mit diesem Wasser. Wenn dieses Bewusstsein einmal drin ist, dass mit Wasser eigentlich ein Großteil der eigenen Gesundheit gefördert wird, dann kann man eigentlich nicht mehr zurück. Das ist wie mit dem vegetarischen Bewusstsein, wenn man einmal aufgehört hat, ist es eigentlich schwierig, da zurückzukommen. Also ich wäre todunglücklich, ich hätte mein Kristallwasser nicht mehr für längere Zeit. Es würde mir das wichtigste Element in meinem Leben fehlen. Und wenn ich denke, vor sieben, acht Jahren, als ich begonnen habe, Wasser war für mich gar kein Thema. Was trinkt man? Bier, Wein, Kaffee, dann einen Tee. Das ist ja auch okay mal. Aber wenn man sich ausschließlich von schlechtem Wasser ernährt oder nur von Bier und Kaffee oder so, da fängt das Problem an. Das kommt ja jetzt nachher. Noch etwas Wichtiges mit diesem Konzentrat. Ich tue immer ein bisschen in Kaffee rein, in Tee rein, in den Weißwein, in den Rotwein. Auch schon Schnaps habe ich verdünnt mit dem. Zur Schwingungsübertragung? Natürlich. Ah, okay. Und es wird viel weicher, es wird harmonischer, schmeckt ganz anders. Das ist gerade so eine Idee, man müsste eigentlich so eine kleine Flasche haben mit einer Pipette, wenn man in der Kneipe ist, dass man einfach mit einer Pipette... Ach so. Ja, das sind meine Augentropfen. Sensationell. Also ich muss jeden Morgen und Abend raus... Das habe ich jetzt nicht gesehen vorher. Das ist mir jetzt gerade so in den Sinn gekommen, dass man damit... Ja, ja. Aber ich bin froh, haben Sie es kurz erwähnt, mit Pipetten, ja? Gut, also das wäre jetzt nicht mein Wasser. Sie trinken Bier irgendwo in der Kneipe und hauen vorher noch ein paar Tropfen rein. Ja, genau. Und wir wissen ja von Emoto und Co., also all diejenigen, die sich mit dieser Schwingungslehre beschäftigen... Das ist auch ein anderes Bild. Es gibt in den Kristallfotos dann ein anderes Bild. Ja, Schwingungsübertragung, Wasser als Informationsträger. Unsere Zuschauer wissen das auch alle schon, ja. Also sowas in den Zellen zu haben, wir haben es ja gemessen. Ich habe eine Bekannte, die kam mit der Wünschelrute. Der hat mir mal gesagt, schau mal, hier ist eine Erdstrahlverwerfung. Ja, wenn ich da drüber gehe mit der Wünschelrute, geht die zusammen, ja? Dann habe ich hier eine Flasche hingestellt und gesagt, stell mir mal die da auf deine Erdspalte da, wo du schlechte Energie misst. Die Energiespalte war nicht mehr zu messen, ja? Dann habe ich gesagt, ah, jetzt ist es genial, jetzt nehme ich einen Schluck Wasser, setze ich mich da hin und sage, jetzt geh mal über mich und schau mal, ob du das noch misst. Ich hatte natürlich vorher schon viel Kristallwasser in den Zellen, oder? Also dieser eine Schluck hat es nicht gemacht. Die konnte über mir diese Schwingung nicht mehr messen. Dann haben wir das beim WLAN-Router gemacht. Da habe ich mich vor den WLAN-Router, ohne geht sie auf den WLAN-Router, der macht zu, also die Messschwingung. Ich setze mich vor den WLAN-Router, sie konnte den WLAN-Router nicht mehr identifizieren als Störquelle. Ist doch genial. Also was willst du, teure Geräte, wir haben ja alle dabei Handys, überall, früher, wir waren ganz fanatisch auf Schutz, das hat mal bis zu 200, 300, den da habe ich mal, glaube ich, für 1.500 gekauft, oder? Dafür kannst du bei mir ein Jahr lang Kristallwasser bestellen. Locker, über Euroway kostet es noch die Hälfte. Wenn man das mal auf unserer Webseite sieht, dann, und Wasser brauchen wir, verstehen Sie, wir müssen uns daran gewöhnen, das Wasser, das Grundnahrungsmittel am Morgen und am Abend, zum Essen muss es nicht sein, ja? Im Gegenteil, man sollte sogar beim Essen weniger Wasser trinken, weil die Verdauungssäfte zu sehr verdünnt werden. Also sprich, wenn ich beim Essen an drei Viertel Wasser zu zutrinke, hat mein Körper viel mehr Probleme, den Nahrungsbrei zu zersetzen, und darauf kommt es ja eigentlich an, ja. Genau. Und auch, dass viele Basenwasser trinken, die Leute sind sich heute gar nicht mehr klar, also die Wissenschaftler, was das bringt. Es gibt zwar gute Ergebnisse, in Japan hat man gute Ergebnisse mit Basenwasser, aber täglich, das Trinken ist ein Fehler. Der Körper stellt immer den pH-Wert ein, den er gerade braucht, und der kann alle Minuten woanders sein. Sogar in der Zelle können unterschiedliche pH-Werte sein, hat man festgestellt. Irgendwo ist es sauer, dann ist es neutral, und dann ist es basisch. In der Zelle. Ich verstehe. Also der Körper macht selber den pH-Wert, den er braucht. Mit viel Basenwasser zuführen, hat man nicht da dem Körper einen Gefallen getan, eher das Gegenteil. So, jetzt kommen wir zu unserer anderen Technologie, die dann, ich sage mal, die Notfallapotheke, haben wir das ja genannt, schon das letzte Mal, die Hausapotheke der Zukunft, wenn alle Apotheken zu haben, der Arzt hat auch geschlossen, kommt kein Geld mehr rein, die Versicherung ist pleite. Also das ist schon ein Szenario, auf das man sich einstellen sollte. Und da habe ich ja vor einem Jahr schon begonnen, mit russischer Weltraummedizin, diese Frequenztechnik. Ja, jemand kam zu mir und hat gesagt, weisst du was, genial, ich habe ein Gerät, das ist in der ganzen russischen Armee im Einsatz und da gibt es keinen Alkohol- oder drogensüchtigen Soldaten mehr. Das war das Erste. Dann denke ich, was, wie bitte? Alle Drogensucht und alle Alkoholsüchte beiseite, das muss ich haben, oder? Und tatsächlich, eine meiner Bekannten, die immer gekrifft hat, jahrelang, die ruft mich auch, die hat auch das Gerät, sagte, du, ich habe keine Lust mehr zum Kriffen, was macht denn dieser blöde Meister, nicht blöde, der tolle Meister, und dann sage, jetzt kannst du dir einen Haufen Geld sparen, ja, ist ja immer noch so eine Beschaffungsproblematik, ja. Das war ja dann auf einmal zu blöd, oder? War ja zu blöd, ja. Und es gibt Leute, die sagen, früher habe ich immer zu messen drei, vier Glas Weißwein getrunken, nach einem halben Glas habe ich schon genug. Also auch Wein trinken, ich höre ja auch komplett auf mit Wein trinken, ich habe genügend... Ich versuche gerade herauszufinden, was das zu tun hat mit Cannabis und Alkohol. Vielleicht, weil die Schwingung da manipuliert wird durch Drogen und wenn man eine höhere Schwingung selber hat, dass man kein Interesse daran hat, diesen Schwingungsverlust da irgendwie zu haben. Ja. Weil Alkohol ist ja wirklich, also ich kann überhaupt keinen Alkohol trinken, ich bin allergisch gegen Alkohol, ich werde davon betrunken. Aber in geringsten Mengen schon. Ich trinke ein halbes Radler und ich kriege keinen geraden Satz mehr raus. Aber wie erklären Sie sich das, dass dann Leute plötzlich kein Interesse mehr an Drogen haben? Schauen Sie, ich habe mal auch aufgehört zu rauchen. Bis 28 Jahre habe ich geraucht. Und dann hat mir einen medialen Mann, hat es da in Zürich gegeben, der hat ihnen gesagt, Linkshändler, okay, dann ist rechts an der Schläfe ein Nerv blockiert, der verursacht die Rauchersucht. Und er hat gesagt, er kann diese Blockade beseitigen. Ich behaupte heute, dass ich mit dem das auch kann. Dass Sie damit das Rauchen abgewöhnen. Ich erzähle nachher gleich, ich komme jetzt mal zu den Grundsachen von diesem Gerät. Also, es funktioniert über Handy. Es wird aber nur ein- und ausgeschaltet. Kann man das so sehen? Sie haben eine App, wie eine App, die lädst du runter. Dann sind sechs Programme drauf, die kann man so runterziehen. Da kann man auf die Inhaltsverzeichnisse gehen. Ja, ja. Und dann kann man sagen, das ist okay, das mache ich. Und dann klickt man hier drauf, zum Verbinden, und dann hier schütteln. So, und dann ist er aktiv. Und dann kann ich starten. So, aber das machen wir nachher. Also, das ist mal die kabellose Verbindung. Und das Tolle ist, dadurch konnte der wasserdicht gemacht werden. Weil wenn du immer Kabelverbindungen hast, sind die Stecker nie wasserdicht. Ja, ja, okay. Also, da müsstest du schon in der U-Boot-Technik die teuersten Stecker kaufen. Und die sind dann grösser als das ganze Gerät. Der Meistern hat also sechs Programme. Zwei von 40 Minuten und vier von zehn Minuten. Das Interessante ist, bei der 40-Minuten-Programme, das sind die zwei mittleren, nimmt er zuerst die Frequenz auf. Also, er kann dann exakt registrieren und aufnehmen von meiner Zellfrequenz auf acht Stellen nach dem Komma. Ja, und nachher darum lassen wir ihn dann 40 Minuten, jetzt habe ich es nicht dabei, ein Band, ein Armband oder ein Stirnband und Umhänger gibt es noch oder man klebt es einfach drauf. Dann lässt du das die restlichen 40 Minuten drauf. Die erste Minute wird eben exakt gemessen. Also, die Körpermatrix nimmt der Kristall auf und spiegelt den zurück. Das nennt sich isopathisches Heilen. Also, in Resonanz gehen. Isopathisch. Das ist die Homöopathie noch genauer. Die Homöopathie heisst Ähnliches mit ähnlichem Heilen und isopathisch heisst Exaktes mit exakter Frequenz heilen. Okay. Eben. Wird aktiviert über das Mobiltelefon und in erster Linie strukturiert es immer das Zellwasser. Ja? Damit dieses eben wieder im Zellverbund und dem Immunsystem optimal kommunizieren kann. Man sagt, diese Kristalle und die Millimeterwelle die stellt die Verbindung des Immunsystems also der Zelle mit dem Immunsystem also Zellkommunikation instand. Ja? Zellkommunikation ist das Wichtigste für gesunde Kommunikation also überhaupt für Gesundheit und die geht ohne Kommunikation nicht. Also, wenn mein Immunsystem nicht weiss wo ich eine Baustelle habe dann gibt es einen Tumor der macht was er will. Der raubt dem Körper die Energie wächst wie verrückt und das Immunsystem hat keine Ahnung dass du da einen Tumor hast. Also musst du immer zuerst das Zellwasser strukturieren damit die Zellspannung hoch geht und damit Informationen wieder dahin kommen wo sie gebraucht werden. Eine zweite interessante Geschichte ist diese Bioverfügbarkeit von Lebensenergie und Nahrung und Getränke wird erhöht. Kommt nachher noch. Ich überspringe jetzt das mal hier. Die nächste Folie wird das ein bisschen deutlicher. Ah ja noch zu alter Technik dieses Gerät ist schon 30 Jahre im Einsatz. Das medizinische nicht das da jetzt aber die Vorgänger wir hatten früher fünf Kristalle die Firma hieß Zemtech hat sich jetzt umbenannt ist auch mit der Produktion nach Deutschland gegangen ich war gestern gerade dort. Wer hat das entwickelt? Wo kommt das her? Das kommt aus Tomsk das ist die Geheimfabrik der Russen gewesen im Militär für Weltraumtechnologie nämlich um den Astronauten kleine handliche Geräte mitzugeben womit sie sich selber therapieren können weil man ja nicht gewusst hat unter welchen Strahleneinflüssen denen ihr Körper wie reagiert im Weltraum. Ich meine die Degeneration des Astronautenkörpers ist ja gewaltig deswegen müssen die zwei Stunden Sport machen jeden Tag. Richtig. Die ganzen Systeme sind nicht darauf ausgelegt in der Schwerelosigkeit zu funktionieren und ich weiß von anderen Gästen dass also die Russen gerade in Bezug auf die Weltraummedizin viel viel weiter sind wie der Westen also um einiges die haben das von Anfang an verstanden die haben ja viel mehr Erfahrung auch mit der Mia gemacht mit den ganzen Raumstationen und das ist ein ein Spin-off sozusagen ein Nebenprodukt aus der russischen Weltraummedizin nachdem 1989 der Kommunismus zusammengeboren sind konnten diese Wissenschaftler das Wissen nehmen und haben sich eigene Firmen gegründet es gibt drei vier es gibt verschiedene oder und das habe ich auch erst gestern erfahren die Kristalle die da drin sind kommen immer noch aus der gleichen russischen Produktion die das damals für die Weltraumtechnik gemacht hat also diese Produktion ist so schwierig die konnte noch nicht von diesen Wissenschaftlern die das Wissen haben die kaufen alle noch bei der gleichen russischen Geheimproduktion ein ich verstehe einer hat ein bisschen was anderes gemacht habe ich mal gehört okay aber man hat dann aus diesen fünf verschiedenen Frequenzen Sie sehen da unten die Frequenz 40 bis 43 Rot und dann 57 bis 63 Blau haben jetzt die neuen Entwickler von dieser Firma in diesen MyStone in eine Einheit hineingepackt ich hatte früher immer das Problem die Kunden wollten wissen ja muss jetzt den blauen oder den grünen oder den gelben oder den roten nehmen wir haben 75 seitige Beschreibungen das ist nur ein Bruchteil von den ganzen medizinischen Analysen die hinter diesen Produkten stehen ich habe es nochmal zusammengekürzt auf 45 Seiten und eines auf 8 Seiten ja also jeder Kunde bekommt von mir mal zuerst 8 und dann 45 Seiten und die die das wie ärztliche Anwender man sagt ja auch mit diesem Gerät kannst du dich komplett entgiften was heißt entgiften fang mal bei dem Blut an nachher bei den Lymphen nachher kommt der Urin und nachher der Stuhl und erst dann bist du entgiftet also so schnell Hand auflegen und sagen ich entgifte dich das geht also nicht entgiften ist eine relativ komplizierte Angelegenheit naja das geht ja auch Jahre Jahrzehnte lang hinein wie soll das innerhalb kurzer Zeit wieder rausgehen ich habe auch Gott sei Dank noch dieses Produkt gefunden das ich jetzt mit dem Kristallwasser empfehle der Dr. Klinghardt macht auch gute Reklamen Chlorella ist eines der besten Produkte um Gifte zu binden Chlorella ist die Alge die Chlorella Alge und das ist ein Konzentrat von Chlorella Algen nochmals um den Faktor 50 verstärkt in Tropfenform reicht zwei Monate zusammen mit mit zehn Kisten Kristallwasser für zwei Monate kann man sich effektiv mit dem entgiften wie ist der Effekt von dem Detox hier ich teste es gerade also ich merke der Stuhlgang wirkt ganz anders es gibt ja Leute die nehmen jetzt dieses Schwefel anorganischer Schwefel und dann sagt man es stinkt fürchterlich und das hat fast ähnliche Wirkung wollen wir jetzt gar nicht so weit ins Detail gehen ja aber es gibt es gibt Veränderungen ich merke die Wirkung ja ich bin noch am Test ich verkaufe Sachen erst wenn ich es bei mir getestet habe ok ok verstehe aber kann man schon haben so wir haben jetzt also mit MyStone ein Gerät hier sehen Sie noch mal rechts auf dem Bildschirm die sechs Programme es kommt noch ein spezielles die sechs verschiedenen Programme richtig nur weil es gerade blut geklungen hat ja alles gut alles gut die dritte und vierte sind die 40 Minuten Programme Screen Relax und Pickle Rex man musste bewusst weil das noch die medizinische Zulassung noch in Prüfung ist ein bisschen auf Kosmetik formulieren aber wissen Sie einer der schön ausschaut ist auch gesund einer der keine Falten hat hat gutes Zellgewebe die Flüssigkeitsanteile im Bindegewebe ist optimal es ist kein Müllwasser verstehen Sie und das macht dieses natürlich nach außen sichtbar und dann kann man dem schon eine Beauty Funktion andichten aber es ist auch genauso Medizin hier können wir mal das Herzstück anschauen von diesem Kristall das ist hier drinnen das Galliumarsenit Pünktchen da die sind so klein man nennt das ja auch die Dünnfilmtechnik ist ja in der Zemos Technik bekannt das rundherum ist die Antenne die Frequenz aufnehmen kann und senden kann die Anschlüsse plus minus es ist ein 3,7 Volt System das sieht man dann beim nächsten das ist der Mikrocontroller das ist der Bluetooth weil wir ja kabellose Verbindungen haben müssen das geht über Bluetooth und der Rest ist natürlich das Zugemüse mit LEDs Anzeigen er blinkt so schön Zugemüse also ich bin Elektroniker aber sowas habe ich noch nie gehört die Schweizer haben mit der Elektronik sehen Sie das blinkt so schön hat auch LEDs dann sieht man dass etwas läuft das Zugemüse gefällt mir das Zugemüse also von Widerstand und Kondenser und so weiter spricht man dort so Ebengarliumarsenitkristall ist im Zentrum umringt von Sende und Empfangsantenne die ja hier habe ich es noch angeschlossen sieht man Laden umgekehrt über Induktion Induktion jetzt ist er auf Lademodus zeigt er an und wenn er kontinuierlich blinkt man muss ihn so alle 14 Tage mal laden hier unten hat es auf dem Handy einen Ladeanzeiger also der ist jetzt praktisch voll bei jeder Benutzung weiß man okay morgen muss ich mal wieder auflegen ja und ich kann natürlich mit dem Handy jederzeit telefonieren Rechner alle Funktionen machen jetzt im Hintergrund läuft das nur noch als Anzeige aber alle Funktionen sind im Kristall drin also in diesem ist die Bluetooth Verbindung weiterhin aktiv oder ist das nur zum Einschalten nur einmal also keine Bluetooth Strahlung null es ist absolut inaktiv das Handy das ist für viele Menschen sehr wichtig also ich mag das auch nicht ich kann den mitnehmen wo uns Handy ganz woanders Bluetooth ist eine sehr aggressive Strahlung die meisten Leute wissen das gar nicht es gibt von dieser berühmten amerikanischen Firma diese Kopfhörer ohne Antennen und die hängen die sich dahin also zwei so kleine Stöpsel mehr oder weniger nur noch den Menschen ist gar nicht bewusst dass sie ihr Gehirn zwischen zwei Mikrowellen Strahlen drin haben also beim Joggen ich habe noch nie so etwas benutzt das hat mir intuitiv immer eine Abwehrreaktion hat mein Körper gezeigt ja ich kann das gar nicht gebrauchen also ich werde nie mit so einem Dings da rumlaufen ja also hier kann man über den Computer laden es geht nicht über das Handy Kabel also das Handy die Handy Stecker geht es nicht das muss der Computer sein oder Steckdose an der Kabel an der Steckdose nein eben das geht nicht es muss über den Computer gehen warum elektronisch oder es sind nicht die gleichen Spannungen hier haben wir 3,7 Volt ich glaube das Handy lebt mit 5 Volt 5 Volt ja ich habe die letzten Kunden da habe ich das an der Steckdose von seinem Handy laden wollen und habe mich gewundert dass er nicht geladen hat habe ich seinen Computer angeschlossen man sieht es ja hier sofort jetzt lädt es blinkt schön und das ist ja hier oben die Spule unten die Batterie die hält das in Ewigkeit und ist x-mal wieder ladbar unten sieht man eben diese Pads die Prüfung ich habe das erste Mal auch einen Prüftisch gesehen die haben also meine Produktion also ich bin froh dass die jetzt in Deutschland ist also das ist die erste deutsche Produktion von russischer Weltraumtechnologie ja und die beziehen auch die Kristalle direkt und löten sie hier auf dieser rechts hier auf dieser Vorrichtung löten sie die Kristalle selber rein ja also in den Chip also mit der Antenne bekommen sie das von Tomsk aus Russland das ist immer noch geheim das wird nirgends nach außen gegeben dieses Wissen ja wie das hergestellt wird und so weiter ja unten noch ein bisschen beim Hersteller und der hat ein Computersystem und eine Sonde und da sehen sie links diesen Spin also diese dieser Haken nach unten das zeigt das ist keine Störfrequenz darum die gerade Linie und dann kommt richtig diese Millimeterfrequenz ja also die richtige Testanlage die gibt es in Toms die kostet über 300.000 Euro die dann wirklich die Frequenz misst die Gigahertz Frequenz hier messen wir nur sendet der oder sendet der nicht das ist die Ausgangskontrolle also nicht dass da jemand sagt ja du der macht zwar hier schöne schöne Blinkereien aber ob der jetzt was sendet wer weiss ja wir können das also nachprüfen jetzt nochmal zur Technologie der Wiederaufbau der Zellkommunikation und der Membranfunktionen ist entscheidend für die Mikrozirkulation wenn man fragt wann ist ein Körper gesund ja wenn ich keine Baustelle habe was ist keine Baustelle alle Zellen haben ihre Natrium-Kalium-Pumpen in Funktion das heisst die Diffusion von aussen nach innen funktioniert viele Menschen sind krank weil sie Müllwasser im Bindegewebe haben aufgeschwommenen Beine aufgeschwommenen Kopf und so weiter und die kriegen manchmal bis zu ein, zwei Jahre oder ich habe ein Buch da in diesem Buch das wir nachher kurz erwähnen bis zu zehn Jahren kriegen die ihr Müllwasser nicht raus weil es extrazellulär ist und nicht durch die intrazelluläre Niere ausgeschieden werden kann und vor allem wenn man nicht täglich schwitzt wie man früher geschwitzt hat oder heute schwitzen wir ja kaum noch steht auch in diesem wunderbaren Buch täglich zehn Minuten schwitzen erst dann kriegst du deine Schlacken raus also Sport oder Sauna Sauna ist gut wer zu faul ist für Sport soll in die Sauna gehen gut der Ionenaustausch also unsere Geräte tun eine blockierte Zelle wieder öffnen zur Informationsübertragung zur Zellspannungserhöhung damit sie eben Informationen weiter liefern kann und das zeigt sich hier links habe ich geschrieben dass ein passiver Transport kann aber auch aufgrund eines elektrischen Membranpotenzials oder hydrostatischen Druck stattfinden wenn wir immer genügend Kristallwasser oder reines Quellwasser dann kann die Zelle auch passiv diffundiert werden das heisst sie kann passiv Wasseraustausch machen ja wenn wir aber viel Müllwasser im Körper haben dann muss das zuerst strukturiert werden durch dieses Gerät oder dann die Zellspannung erhöht und dann können die Natrium-Kalium-Pumpen wieder entsorgen und Mikrozirkulation aufnehmen also dieses Gerät der MyStone sorgt dafür dass die Zelle optim besser arbeitet oder in die eigentliche Arbeit wieder zurückkommt diese ganzen Pumpen Druckausgleichsverfahren die da stattfinden auch der interne die interne Zellspannung die ja einen gewissen Wert braucht das wird wieder in den idealen Zustand versetzt perfekt gesagt genau weil ich habe eben auch gelernt dass eine kranke Zelle eine ganz geringe Zellspannung hat dass die Mytochondrien ihren chemischen Aufgaben nicht mehr nachkommen können und dadurch degeneriert die Zelle wird krank Tumor und so weiter ganz genau und es gibt ja verschiedene Produkte die sowas machen und es ist immer eine Erhöhung der Zellspannung die die das wieder in Stand stellt genau das ist Voraussetzung für eine gesunde Zelle das ist der Instandsteller der Zellspannung der Pumpfunktionen der Durchlass eben da steht Pumpe ABC dass die Zelle Mikrozirkulationen wieder fliessen lassen kann es gibt ja Geräte kostet ein paar tausend da legt man sich die ganze Nacht drauf da haben sie schon festgestellt dass das Blut zu dünn wird dass die zu viele Austauschfunktionen machen und das muss ja auch alles im Rahmen wieder gestoppt werden du gehst nicht täglich hundertmal auf die Toilette ein Installateur für das Zellsystem ein Installateur für das Zellsystem sozusagen es muss alles im Rahmen gehalten werden nächste Funktion also wir haben die Millimeterwelle als Grundlage die gleiche Wellenlänge wie die Kommunikation im Körper die 33 bis 78 Gigahertz und diese korrekten Millimeterwellen synchronisiert mit den Wellen des Körpers verbessern die Zellkommunikation das haben wir jetzt gerade auf den Punkt gebracht und damit erhöhen wir auch die Energie im Körper sprich die Zellspannung was wären dann die inkorrekten Millimeterwellen nochmal können Sie das vielleicht nochmal zu hohe Intensität zu tief also die 5G die sind noch Gott sei Dank darunter also die reichen noch nicht auf diese 70 Gigahertz hoch und natürlich erhöhen die auch nicht die Zellspannung weil sie zu stark sind also die die inkorrekten Millimeterwellen die sind zu stark und auch zu lang wahrscheinlich in ihrer Eindauer zu lang und der Körper hat keine Resonanz drauf wir müssen ja zuerst diese Stimmgabel Idee die ist ganz perfekt du musst ein Kristall haben der die Frequenz deines eigenen Körpers aufnehmen kann und sie zurückspielen kann also sprich Stimmgabel ich schlage sie an und auf der anderen Seite fängt die dann an zum Mitschwingen das ist noch interessant eine Kernspintomographie macht nämlich genau das sie desorganisiert das Zellwasser kurzzeitig und bei guten Zellen geht das sofort wieder zurück in eine richtige Strukturierung und wenn der Tomograph wieder darüber fährt dann stellt er keine weissen Flecken fest ausser dort wo dieses desorganisierte Zellwasser destrukturiert bleibt und mit diesem Gerät vermuten wir eben dass wir das Zellwasser wieder so strukturieren können dass nicht eine Fehldiagnose heisst ach der hat ja einen Tumor dort nein das ist kein Tumor das ist nur destrukturiertes Zellwasser jetzt verstehe ich das Prinzip von einem MRT auch ja das ist das Wasser das anders strukturiert ist ja wie wollen die das sonst messen die bringen eine Störfrequenz die Zelle wackelt kurz sagt hey was kommt denn da auf mich zu passt mir überhaupt nicht wenn sie gesund ist geht sie zurück in ihren Urzustand und dann misst er beim zweiten Mal gar nichts mehr oder weil er ja nichts sendet der Tomograph ist nicht mehr auf Struktur äh nicht mehr auf Schrottfrequenz senden also destrukturiert eben vielleicht eine G5 Welle verstehen Sie eine die daneben ist aber gute Zellen gleichen das sofort aus nur kranke Zellen bleiben destrukturiert und das kann man feststellen weil er weiss ja was er gesendet hat und das kann er wieder messen das ist ja bei Tomografen die können nur das messen was sie senden verstehe und wenn diese Sendung bleibt an einer Stelle wo destrukturiertes Wasser schon ist und damit eben ein Tumor eigentlich wäre weil eine kranke Zelle die nicht mehr reagieren kann keine Zellspannung hat nicht sagt du dich brauche ich nicht du destrukturierte Frequenz ich habe meine eigene Zellfrequenz wenn die schon tot da rumliegt dann sagt sie ja dann geben wir halt diese 5G das kommt mir jetzt auch nicht mehr drauf an und dann sagt der Rats ja da müssen wir rausschneiden das haben wir jetzt alles mehr oder weniger schon erwähnt aber trotzdem nochmals zusammenfassend man kann also mit dem Meister und in der Anwendung zur medizinischen Zulassung sind wir noch es wird in den Beauty und Kosmetik Anwendungen optimal wirksam eingesetzt jetzt mal zur Sucht und Gewichtsreduktion also diese Süchte die ich erwähnt habe Gewichtsreduktion mache ich gerade nachher noch ein Bild die verstärkt wird und vor allem medizinische Salben und Produkte also auch kosmetische werden durch diesen verstärkt also wir haben ja ein Programm Pickle X sehen Sie dort Pimple X ja gut das ist auf Englisch noch ich habe es natürlich hier auf Deutsch ja und das wird verbessert das finde ich genial wir haben auch ein Kontaktschel aus Kristallpulver Wasser und das überträgt natürlich die Frequenzen besser ja und der Meister kann Schmerzen von Entzündungen beseitern wie zu anschmerzen das habe ich bei mir getestet Insektenstiche nach Haarentfernungen Hautreizungen beruhigen Akne und Hautausschläge verringern ja also ich habe mir Implantate machen lassen und da hat das eine Zeit lang unheimliche Schmerzen gegeben noch immer auf süß und kalt und und salzig hat mein Kiefer sofort reagiert habe ich komplett weggekriegt mit dem ja also Entzündungen werden beseitigt das ist nochmal die Gesamtübersicht was alles in dieser Schachtel drin ist wir haben so eine schöne Schachtel da ist alles schön drin mit Bedienungsanleitungen mit Anwenderhinweise und das meiste schicken wir natürlich per E-Mail also stapelweise Papier ich könnte ein ganzes Buch mitliefern ist heutzutage nicht mehr ist überholt nicht mehr Usus dass man alles ausdruckt und jetzt komme ich gerne auf dieses Buch zu sprechen Sie haben schon gesehen was drauf steht Zellulitis Wund unter anderem oder das Geheimnis der schlanken Linie haben wir ja alle ein bisschen Probleme das habe ich nach acht Jahren das ich nicht gelesen hatte wieder mal in meiner Buchhandlung nicht Buchhandlung also Bibliothek gefunden und merkte sofort das gehört ja jetzt zum MyStone wenn ich diese Tao das Tao also auch die Russen haben immer gesagt diese Weltraummedizin die geht über die Akupunkturpunkte der chinesischen Medizin die haben das sofort kombiniert weil du musst ja irgendwelche Energiebahnen verfolgen können ja und dieser der Stefan T. Chang ist der Arzt gewesen also seine Familie auch sein Großvater vom Tenon vom Kaiser von Japan also das sind Korifären und der hat jahrelang in der Schweiz Vorträge gehalten und jetzt in Amerika und diese Bücher gibt es auf Deutsch es gibt vier Bücher das Tao der ganzheitlichen Selbstheilung ist auch so ein schönes Buch und da drin habe ich mit Staunen gelesen dass man eine sogenannte Kranichübung machen kann wie geht das das war jetzt zu früh ich gehe nochmal zurück ich mache jetzt jeden Morgen und das sollte jeder Mensch sich am Morgen 10 also 20 Minuten am Morgen und am Abend also nie am Abend betrunken ins Bett gehen da hast du keine Zeit mehr für den Meister und diese Kranichübung das nennt sich das Bauchreiben ja ich mache also und im Tao kommt ja viel Atemtechnik dazu ja also ich mache hier 10 Minuten einschalten am Handy MyStone und dann mache ich zuerst mal diese Kranichübung mit dem MyStone auf dem Bauch immer so eine einatmen ausatmen das sind so vier Sekunden nächster Punkt nächster Punkt immer kreisförmig um den Bauchnabel und das interessante rechts herum also nach 10 Minuten mache ich es mit der Hand im Buch steht eigentlich nur die Handversion der konnte ja noch nichts vom MyStone wissen ja der Tijang der Effekt der Effekt ist er hat im Buch beschrieben wer rechts herum ist wenn du Verstopfungen hast kannst du deinen Stuhlgang normalisieren wer viel Durchfall hat links herum drehen sprich dann entzieht der Körper dem Nahrungsbrei Wasser richtig der Dünndarm reguliert das Entziehen vom Wasser wie viel geht noch in den Dickdarm und das kannst du mit dieser Tau Übung der Zeichnung 6 und 7 6 rechts herum ist Blockaden respektive Verstopfungen flüssiger machen und links herum das Gegenteil und er schreibt natürlich der wo normal ist der macht einmal rechts rum einmal links rum einmal rechts rum einmal links rum 10 Minuten solange das Programm läuft und dann mache ich immer 20 Minuten die zweite Hälfte der 10 Minuten lege ich es mir da drauf ich möchte noch hellsichtig werden ich möchte meine Zirbeldrüse aktivieren ok verstehe das sind also Anwendungen von denen ich etwa 20 in der Beschreibung drin habe das war jetzt die verkehrte Seite wir sind gleich soweit durch was eben die Schlüsselsätze auch im Tau sind nur frisches leeres Quellwasser wird durch die Schweissdrüsen eliminiert also das Bier schwitzen wir nicht so gut aus da bleibt sehr viel in der Zelle zurück Müllwasser nimmt Schlacken auf und kann Monate im Körper bleiben tierische Fette wie Butter und fettes Fleisch sind die Hauptverantwortlichen der Cellulitis muss auch verdünnt werden ist dann der letzte Satz und dann kommt noch etwas Wichtiges dass der Sport Cellulitis eben nicht heilen kann die einzige Art und Weise sind weniger trinken das Interessante an diesem Buch ist auch dass er gesagt hat der Körper nein die Niere kann nur 6 Tassen pro Tag Wasser ausscheiden ich habe nie gefunden ob er von 0,2 oder 0,3 Liter spricht aber ich glaube die Japaner trinken keine 0,3 Liter Kübeltassen sondern eher 0,2 das heisst er sagt 1,2 1,5 Liter schafft die Niere maximal 2 Liter je nach Körpergrösse und der Rest muss eben über Dampfbad hier oder über Sauna oder über Schwitzen durch Sport ausgeschieden werden ein Sportler der kann schon 3 Liter Wasser trinken der schwitzt 2 Liter aus sehr logisch oder und Gifte und Toxine sind feste Körper das ist eben fest das muss man auch wissen Gifte und Toxine sind feste Körper und müssen verflüssigt werden um ausgeschieden zu werden darum hier diese Detox kombiniert mit Kristallwasser um das Ganze flüssig zu machen und damit es flüssig wird muss man auch ein bisschen Öl trinken also es gibt gute Öle die richtige Zusammensetzung haben um dem Körper die Gifte flüssig zu machen damit sie über Niere ausgeschieden werden können und eine schöne Schlankheitsformel ist die 8 zu 16 das findet man auch in vielen Büchern 8 Stunden dürfen sie essen aber 16 Stunden sollten sie absolut fasten absolut heisst auch nichts trinken doch doch trinken schon ja ja also ich mache das ich fange an 11 Uhr meinen Shake mit Kristallwasser und mit meinem eigenen Pulver 12 Uhr noch einen Salat und um 18 Uhr oder 19 Uhr etwas essen und das war es dann und fertig also ja nicht nach 19 Uhr noch essen das steht so in allen Trauerbüchern was diese Meister uns auch noch machen Schakren ausrichten man sagt ja ein Körper ist dann krank wenn er nicht mehr in der Mitte ist das sind natürlich die Schakren gemeint bist du aus der Mitte bist du krank bist du wieder in der Mitte bist du gesund machen wir auch ok ich glaube das war schon ah nein das war noch die letzte gute Nachricht der Russen die haben gesagt Herr Klausner wenn Sie im Supermarkt kein Bio kaufen tun Sie es wenigstens ins Wasser legen schmeissen Sie den Meistern rein der ist ja wasserdicht ja und dann wird das nicht Bio Bio das heißt die Teile Bio Meistern strukturiert auch das Zellwasser der Pflanzen so ist es und dann wird das nicht Bio Bio umgekehrt gesagt die Bioverfügbarkeit von Nahrung kann von 5% aus Supermarktqualität nicht Bio auf 25% Bioqualität angehoben werden also Sie brauchen da nicht 5 Äpfel essen sondern es genügt einer verstehe also die Aufnahmequalität wird erhöht das können wir auch machen das klingt für mich alles ziemlich schlüssig aber was mir fehlt oder was ich noch nicht habe sind unabhängige Prüfungsergebnisse dass Sie das in Testreihen mal gecheckt haben gibt es Laborwerte gibt es irgendwelche Prüfprotokolle die das Ganze in Doppelblindstudien bestätigen mehr oder weniger dass Sie ein Testdummy haben und es den Leuten geben ist es Placebo wie auch immer weil ich habe viele von diesen Produkten schon gesehen auch Aufkleber für Handys und so weiter und vieles ist einfach nur Schrott ganz ehrlich inwieweit können Sie Ihren zukünftigen Kunden versichern dass das wirklich ein authentisches und überprüftes Produkt ist weil das ist natürlich dann bei dem Preis für viele Leute auch wichtig Sie kennen Kinesiologie ich halte nichts davon also ich könnte jetzt überall sagen ich mache einen kinesiologischen Test oder und da könnte ich immer beweisen dass mein Produkt funktioniert aber ich bin Wissenschaftler oder ich bin Techniker das ist mir ein bisschen naja noch mit Fragezeichen obwohl es gar nicht so schlecht ist gar nicht ohne aber wie Sie richtig sagen ich will wissenschaftliche Studien sehen von medizinischen Kliniken die das so wissenschaftlich prüfen dass es schriftlich vorhanden ist oder nicht nur ein Video schau mal da ist er stabil und da ist er unstabil also ist das Produkt gut das ist mir zu wenig ich möchte wirklich Messungen haben und die Russen haben Tonnen von Messungen also wenn wir die Russen einladen zu Seminaren da können sie jeden Beweis bekommen den sie wollen ja das ist eigentlich auch schon das Schlusswort das wir hier noch halten möchten es gibt ja auch diese Bovis Einheiten wo man sagt worauf es ankommt hohe Schwingung hohe Bovis Einheiten ist lebensfördernd also gibt dem Körper Energie dann neutral ist ungefähr so bei 10 oder nein bei Werten über 10.000 kommt der sogenannte ätherische Bereich noch in Bewegung und noch stärkere Werte wirken angeblich auf das was wir als höheres Bewusstsein bezeichnen also ich habe viele Medien die messen mein Kristallwasser so bei 60.000 Bovis vielleicht auch noch eine Null dazu also ich habe schon Millionen Bovis gehört hätte mein Kristallwasser ja gut die Gifte binden ausleiten das habe ich kurz vorher erwähnt mit einem Bindemittel das ist noch sinnvoll zusammen wieder mit Kristallwasser bieten wir auch an fünf Tropfen genügen das ist ziemlich teuer dieses Detox Gerät also Produkte aber es reicht zwei Monate und wer diese Kuren machen sollte hat man hier auch ein bisschen zusammengefasst lustig finde ich auch jeder der Alkohol trinkt sollte immer wieder dafür sagen Alkohol ist ein Gift ja ja und wir sind ja alle ein bisschen unter Alkohol oder jeder der Schmerzmittel nimmt alle diese Nebeneffekte die diese Chemie die wir zu uns nehmen inklusive Leute die als Tankwart Tischler Maler Lackierer Winzer sogar Landwirte Friseure die kommen täglich mit so vielen Giften in Berührung man sagt ja ich habe mal eine Tabelle gelesen wir haben heute 400.000 chemische Gifte um uns herum fast täglich ja von denen der Körper nichts weiss und vor allem nichts anfangen kann und ich habe ja mal das so erzählt wenn der Körper ist intelligent jetzt essen sie ein Gift das der Körper nicht kennt was macht er er sagt ach mein Chef hat da chemische Substanz gegessen der wird ja wohl wissen wofür er die mal braucht im Moment trage ich es nicht ich lagere es mal ein und dafür macht er Fettzellen drum ja dass sie nicht gefährlich ist so in der abwartenden Haltung vielleicht braucht er das irgendwann und so nehmen wir alle zu und wir wollen ja im Prinzip alle wieder schöne Körper haben einigermaßen schlank ausschauen noch in die alten Kleider passen nicht immer neue Kleider kaufen müssen und das können wir also mit Kristallwasser und Meistern machen ja darüber machen wir mal ein eigenes Video unseren Scanner den wir auch im Programm haben der misst ja 37 Körperwerte auf fast 75 bis 85% Genauigkeit wir kriegen gerade noch ein neues Gerät und ich glaube das lassen wir dann für ein nächstes Video Ok jede Menge Informationen danke für die Ausführungen jetzt kommt es darauf an dass man es testet oder ich meine Sie haben selber Erfahrungen gemacht aber ich müsste auch ich würde mich als Testobjekt gerne mal zur Verfügung stellen ja und meine Erfahrungen dann dann mitteilen auf jeden Fall ja ich hoffe dass das Video hilft das Ganze zu verstehen und dass natürlich auch einige auf das Thema kommen danke fürs Kommen gerne bis zum nächsten Mal hier wieder in Leipzig den Weg kennen Sie ja mittlerweile ja ist gut den Weg kennen wir ja super schöne Stadt auch ja also alles Gute bis zum nächsten Mal danke Herr Stein und liebe Zuschauer weitere Informationen gibt es natürlich auf der eingeblendeten und dargestellten Homepage auch alle Infos über die Präsentationen unten am Video zum Nachlesen zum Nachschauen mich würde es interessieren ob jemand schon damit Erfahrungen gemacht hat oder Erfahrungen machen wird ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe ihr schaut wieder rein bei uns bei Nuviso bleibt uns treu und bis dahin alles Gute bis zum nachdem Bliss bis zum nachdem bis zum nachdem Jahr bis zum nachdem lo bater bis zum taf bis zum nachdem bis zum nachdem Vielen Dank.